Wie ist das eigentlich als Freundin von so einem grauenhaften Mann? Ein Viertelstund mit dem ist ja schon ziemlich schlimm und du musst ihn noch länger haben. Wenn du nicht da wärst, würde der Grusel am ganzen Saal auf die Nerven gehen. Das wär für uns nicht schön und du bist dir ja gewöhnt. Du kennst ihn ja, er ist dein Mann. Steh zu deinem Mann. Du musst dich gar nicht schämen. Man merkt ihr Wasser zusammen und der schöne Leila. Steh zu deinem Mann. Steh zu deinem Mann. Schau dort im Eckenstatter und fang schon wieder Lampen an. Steh zu deinem Mann. 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 Ein Grund zu mir, für süchtig sein. Er fragt dich zwar nie, und spürt's gleich irgendwie. Die guten Zeiten sind vorbei. Du hättest schon lange gern etwas besser. Du wirst schon lange am liebsten gehen. Das wär für dich bequem. Und für euch wär's unabhängig. Einfälligstaat, sta zu dem Mann. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Junge, fahr nie wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, bald wieder nach Haus.